So, jo Leute, was geht? Willkommen zu diesem wirklich sehr, sehr guten Video. Das Video hat mir so Spaß gemacht, weil einfach die Idee dahinter eigentlich ziemlich simpel ist, aber das ist so gut geworden, das Video. Bleibt wirklich bis zum Ende dran, weil da sind wirklich witzige Sachen passiert. Um das Video grob zusammenzufassen, wir spielen ein paar Buildfight 101s auf einer ganz normalen Random Map, wo man random Leute suchen kann. Und am Anfang spiele ich sehr, sehr schlecht und danach spiele ich normal, also einfach so, wie ich halt immer spiele. Ähm, das Gute dabei ist, ich habe immer Leute rausgesucht, die auch Sprachchat aktiviert haben, sodass man auch die Reaktionen drin hat. Und wir haben auf jeden Fall so ein paar Leute getroffen, die auch sehr, sehr witzige Reaktionen abgegeben hatten. Ähm, einer von ihnen war sogar deutsch und kannte mich auch. War sehr, sehr witzig, es lohnt sich wirklich dran zu bleiben, weil das Video macht richtig Spaß. Allein schon beim Schneiden, denke ich, ich muss wieder so lachen. Es ist wirklich ein gutes Video. Ja, bevor wir aber damit so richtig loslegen, ganz kurz nur Eigenwerbung. Würde mich mega supporten, wenn ihr meinen Critter-Code AlviVB im Itemshop benutzen würdet. Bald kommt das neue Chapter. Ich glaube, ihr seht selbst, fünf Tage, zwölf Stunden nur noch, jetzt von dem Standpunkt aus, wo ich das Intro hier aufnehme. Und, ähm, ja, dann geht es auch schon wieder los mit dem neuen Chapter, mit der neuen Season, neuen Battle Pass, deswegen lohnt es sich extrem, ähm, einen Creator eingetragen zu haben. Das supportet extrem. Dann auch hier, ähm, noch ganz kurz die Support eingeblendet, die, ähm, mit meinem Creator-Code AlviVB, ähm, sich was in meinem Job entweder geholt haben oder, ähm, einfach nur den Code eingetragen haben, um mir auf Twitter oder Instagram per privaten Nachrichten ein Bild zu kommen lassen haben. Vielen Dank auf jeden Fall euch, es ist ein Zehner Support, ich weiß es wirklich sehr zu schätzen. Sonst, ähm, hier könnt ihr auch noch sehr, sehr gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr auch keine Videos mehr. Aber jetzt würde ich sagen, wir starten mit dem Video. Viel, viel Spaß und schreibt mir eure Meinung zu dem Ganzen in die Kommentare. Let's go! Schauen wir mal, ob das klappt. Oh, er hat sogar Rolls-Shit an. Ich tue jetzt natürlich so erstmal, dass ich ganz schlecht spiele. Und dann spiele ich halt gut. Mal gucken, wie er drauf reagiert. Ich liebe solche Fahr-Shideos, ich liee sie. Bro, kill mich doch, hallo? Wow, la tisch. Ich mach gar nichts. Was tut er denn? Oh, cool. Was macht er? Hä? Hä? Der Typ, der weint ja gleich, hä? Bitte schieß mich runter. Du, mein Mann, verdürscht, verdürscht, verdürscht. Ich tue gar nichts. Ich muss, ich komm, ich lass ihn jetzt komplett gewinnen, weil sonst... Ich schieße es einfach komplett extra vorbei. Was? Okay, komm, ich schwir' richtig. Ich schwir' richtig, jetzt ab jetzt. Ich mach das, was ich dir will, wenn ich nicht first. Die Quattase! Was ist der Typ? Wie ist der Typ? Das ist der Typ. Das ist der Typ. Ja, das ist der Typ. Ich habe das Typ. Ja, das ist der Typ. Er ist über, Matt. Er ist weg. Alter, wie geil. Es ist wieder ein Franzose. Okay, wieder sehr schlecht spielen. Bro. Okay, er will es wissen. Erstmal wieder entspannt, ne, Chat? Das Gefühl, ich muss nicht mal anstrengend spielen, irgendwie. Ich gebe ihnen immer so ein kleiner Respekt-Hit mit. So ein 140er. Die ist schon so ein bisschen am Schwitzen. Ne, die Tasten klackert. Geil. Was macht der? Er sucht einen neuen. Nein, er hat sich nicht von mir trollen lassen. Das ist ein Spielverderber. Ich glaube, er hat genug. Wir suchen die nächste Lobby. Er hat Voice-Shit an. Perfekt. Nice. Und die Waffen. Okay, wieder schlecht spielen. Bro, komm. Okay, leg direkt los. Wir werden schlecht spielen. Ich muss wirklich, glaube ich, offensichtlich daneben spielen. Sonst klappt das nicht. Ich dachte halt wenigstens, dass die mich so ein bisschen schneller killen dann dadurch. Ich muss wirklich komplett daneben schießen. Er hat gelacht. Er hat gelacht. Okay, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Er denkt, ich bin richtig kacke. Okay. Komm, bitte lass dich trollen. Komm. Mach weiter. Okay, spiel weiter. Spiel weiter. Wichtig. 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Schießkommen. Bitte kill mich. Danke. Danke. Okay, jetzt geht's los, chat. Es ist sogar deutsch. Langsam fühlt er es. Ja. Okay, verlegt los. Meins. Das ist doch die einzige Frage, ob man sich schon genau anfangen zu sprechen. Das ist doch der einzige Punkt. Wärter mich. Jetzt habe ich auf jeden Fall gezwungen können, dass er ein Lärm ist. Er ist mir schon deutsch als bewusst. Aber er hat er anfänglich auch so merkwürdig gespielt. Das habe ich mir nicht sicher in. Ob ich mir da eigentlich gespürt habe. Das ist doch der einzige Punkt. Ja, ich muss ja gleich schreiten. Ich wollte euch noch sehen. Tschüss. Ich hole mich da da stehen. Warte, ich rede mal mit dem. Bist du deutsch? Also ganz kurz. Ja. 96. Ich mach gerade ein Video. Du bist tatsächlich der echte. Ja, ich mach gerade ein Video, wo ich am Anfang sehr schlecht spiele und dann... Du hast... Warte, du hast es geklippt, wo du mich gefickt hast, oder? Ja. Ja! 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 Aber du bist tatsächlich der echte. Ich habe mir sogar vor kurzem noch diesen Ibiza-Mlock, oder was? Das war aus Beidemang gesehen von dir. Ähm... Ja. Ich glaube, das ist bereits ein halbes Jahr mindestens her. Das kann... Ich wusste gar nicht, dass du mich kennst. Ich habe mich jetzt einfach so, äh... So... Entmutet. Ja, nice. Jo. Okay, dann... Ja, noch einen schönen erstlichen Abend. Äh, willst du noch Modemon machen? Noch einen schnellen? Achso, klar, gerne. Ich dachte, du willst ihn verlassen. Ne, 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 alles gut. Also auch ein faires. Jetzt weißt du, dass... Dass ich richtig spiele. Noch eins. Ich fand... Ich fand's aber so geil, weil ich habe nämlich... Ich habe nämlich gehört... Dieses Klicken vom Klippen. Ja, ja, ja. Als... Als du gepickt... Ja, nein. Da musste ich richtig anfangen zu grinsen. Ja, schließlich ist man dann jeden Tag mit... Na... Und... Einmal in der Runde. Das war... Ach... Es war ziemlich random. Ich hatte eigentlich davor zwei Franzosen. Ähm... Und die haben sich ein bisschen aufgeregt. Aber... Ich dachte jetzt nicht, dass ich einen Deutschen treffe. Wer mich dann auch noch kennt. Weil so groß bin ich auch nicht. Ja... Ja... 52er Headshot. Ich bin jetzt hier erst vor kurzem auch mal aus dem Keyword. Das wird... Dafür spielst du sehr gut. Wo spielst du? 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 Ich geh das mal rein zu machen. Also persönlich persönlich nicht, aber ich kenn schon sehr lange, ja. Was man sagen könnte persönlich. Ja, ja. Auch cool. Ja. Das wäre grundsätzlich ein heißer Clip gewesen, aber am Ende... Das Ende war nicht so spannend. Ja, das stimmt. Alright. Also schönen Abend, ne? Viel Spaß gemacht. Junge, bis dann. Alter, ja. Hey Max, ja. Das ist wirklich der Echte gewesen. Ich kann's nicht glauben. Ja, ja. Schau mal auf YouTube. Der hat mindestens 20.000 Lobinant. Kuss, Bro. Ja. Das ist ein Treyharder, wie man hört. Ja. Ich bin ein Treyharder. Ich bin ein Treyharder, wie man hört. Oh, gegen den muss ich ganz, ganz schlecht spielen am Anfang. Ich glaube, der Shit-Talk ist richtig krass. Ja, 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 ja. Den muss ich ganz, ganz schlecht spielen. So ganz, ganz dumm. Ja, ja, nicht BOT. Ja. ja und er kassiert ja das sind sehr witzig das sind sehr sehr gut wo geil es und eines video war was ein geiles video ja auch langsam langsam auf zack 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 na da ist nur sie nur von ab Das ist so gut, ich muss weiter so spielen, ich muss weiter so spielen, ich muss Okay, ich spiele richtig jetzt, was sonst ist er wirklich mad Das denkt er noch Aber das Ding ist, ich habe ihn halt trotzdem gezogen, also gegen den muss man sich nicht mal anstrengen Oh man, 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 man If this guy, watch this guy, bro, and tell me this guy's not cheatin', bro I don't know You, you can't even beat Okay, ich, ich probier ihn noch einmal zu picken und dann, glaub ich, läuft dich Das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb.